too wild muss ja erst mal diesen baum abbauen weil der wird auch nicht kleiner weil die bäume wachsen für uns viel zu schnell ich bin noch nicht das ist geil ich bin dieses projekt noch nicht gestorben ich bin schon so oft gestorben außerdem hatte ich öfter mal lust dazu zu sterben oder ich bin einfach verhungert eine hexe hallo hexe oder man hat sich einfach gekillt weil ich würde vielleicht mal bei lea vorbeischauen wenn du das bedürfnis hast dich zu töten ja das nehmen wir nicht hör auf mich zu vergiften wenn ich jetzt daran sterbe ich sag's dir kann die boote nicht abbauen mit der axt draufschlagen einfach du kannst du mit der hand verbrennen verbrennt sie verbrennt die hexe auf dem scheiter helfen und und da er doch mal kann die tiere killen drin ich bin guter maß der verboss ja nicht mich so das grauen hat ein ende ja wir haben schon fast 22 uhr krass wollen wir uns aber treffen keine ahne oh kaninchenfleisch ehre ich habe wieder einen zuschauer perfekt das wirst du selbst mit dildo bestehen mir ist gerade so eine spinne übers bein gelaufen das hat sich gerade richtig weird angefühlt man vielleicht wieder wieder sauer machen in dem zimmer nee ich habe da vor kurzem aufgeräumt hat man gesehen jojo mark sagt nichts euer hörst euch mich kriegt der simon und ich eigentlich viel spaß hat mein thomas im zimmer ja ich habe das so einiges gehört dass ihr gepumpert habt und da hat mir simon einfach gesagt dass ihr erika ganz laut aufgedreht hat ja das da ich immer bei dem bahnbahnbahn das ist ein bisschen trommel schlänge marie hat gegen die wand geschlauen die simon wollte es aber von hinten oder so gegen die wand anlauf aber ja mag beide müssen wir so voll wenn du nicht triffst du weißt du weißt du jetzt weißt du jetzt weißt du jetzt ja gut wenn du daneben läufst dann hast du natürlich ein loch in der wand warum kann ich diese tür nicht kompostieren mann ich will dass diese tür das baumhiel wird perfekt ich stelle dir die tür jetzt einfach vor simon naja ist du am geschlechterteil geschlechtertauschstag eigentlich als sexy wikingerin schade ich gehe jetzt sexy an der schrank und ne heute einfach channel reveal talk daddy to me talk daddy to me aber irgendwie vieles mit dem home game komplett random du hast sehr lange pull also die ganzen kohlen jetzt nach einer minute habe ich nur noch 2,5 habe ich also habe ich habe ich nun habe ich jetzt zwei und halb weniger vielleicht hilfst wenn du dir mal ein kräft heute abend mach ich selbst für mehr kräume erstmal einen kräume glaube ich das könnte ich jeden abend essen avokado mit kärnigen frischkelle ist schon geil fun fact tue ich auch so nachos und dann noch guacamole nee ich rede nicht von guacamole ich rede einfach bloß fucking avokado ja trotzdem mal guacamole ist auch geil ich mag keine guacamole ich mag nur avokado ähm hast du ein problem mit dass ich keine guacamole mag ja wir können es ja gleich ausdiskutieren um hatschen und tratschen ja hatschen und tratschen nicht tratschen hatschen und tratschen hatschen und tratschen hatschen und tratschen seid so lost so lost seid so lost haben wir gegen die ist hier Untertitelung des ZDF, 2020